Stefan Lampadius ist ein deutscher Schauspieler und Filmemacher, Leben und Wirken. Stefan Lampadius studierte von 2003 bis 2010 audiovisuelle Medien im Fachbereich Film, Fernsehen an der Kunsthochschule für Medien Köln. Sein Studium beendete er 2010 mit Diplom. Die Aufnahme an der Kunsthochschule für Medien Köln gelang ihm unter anderem mit dem recht erfolgreichen Kurzfilm Das Leben des C. Brunner, den er gemeinsam mit den Filmemachern Christoph Brunner und Steffen C. Jürgens fabrizierte. Der Kurzfilm war auch auf der 2005 erschienenen DVD zum Spielfilm Der Ärgermacher von Steffen C. Jürgens enthalten, die Stefan Lampadius zusammen mit dem Filmlabel Bohemia Filmkunst produzierte. Seit dem Jahr 2000 fing Stefan Lampadius zunehmend an als Film- und Fernsehschauspieler zu arbeiten und wirkte bisher auch in diversen Musikvideos, Social- und Werbespots mit. Unter anderem war er in dem Kinofilm 00 Schneider im Wendekreis der Eidechse von Helge Schneider in einer Nebenrolle als Verdächtiger zu sehen und wurde einem breiteren Fernsehpublikum als Mitarbeiter Steffen Lambert in der Fernsehserie Stromberg bekannt. Für seine Darstellung des Stadtarchivars Wolfgang Weber in der Episode Thomas Thomas, die aus dem Fernsehfilm Zeche ist nicht sieben Blicke auf das Ruhrgebiet 2010 stammt, wurde er gelobt. Filmografie 1998 End also Allertries Liebe 89 zu 98 2000 Der Nächste Bitte 2001 Das Leben des C. Brunner 2003 Der Ärgermacher 2005 Dreiteik Drei Gäste Keine Getränke 2005 Max und Moritz Relodet 2006 Axel Wildswissen 2006 Zors 2007 Blindflug 2007 Alles was zählt 2008 Die Besucherin 2009 2012 2009 Resistee Aufstand der Praktikanten 2009 Die zwei Leben des Daniel Schor 2010 Zeche ist nicht sieben Blicke auf das Ruhrgebiet 2010 2010 Tag sieben Tod auf den Gleisen Trauma eines Lokführers 2011 Siebter Tag 2011 Ein Tick anders 2011 Einer wie Bruno 2012 Stromberg 2012 Idiotentest 2012 M.E.K. 8 Explodiert Teil 1 2012 Hives 2012 Frohes Schaffen Ein Film zur Senkung der Arbeitsmoral 2013 2013 Wilsberg Die Entführung 2013 Heiter bis Tödlich Zwischen den Zeilen Tote haben keinen Hunger 2013 2013 Newfoundland Newfoundland 2013 Die Erfindung der Liebe 2013 00 Schneider im Wendekreis der Eidechse 2013 Westen Westen 2014 Vergiss mein ich 2014 Stromberg Der Film 2014 100 100s Circus 2014 Der Letzte Bulle 3 Folgen 2012 und 2014 2014 Danilo Winski 2 Folgen 2012 und 2014 2014 Weihnachten für Einsteiger 2015 Peter Licht vertont auf Bestellung verschiedene Themen Heute Beton 2015 3 Türken und 1 Baby 2015 Ein starkes Team Stirb einsam 2015 Die Kuhflüster in Der Marathonmann 2015 Treppe aufwärts 2016 Im Winter So schön Auszeichnungen 2001 Für den Film Das Leben des C Brunner erhält Stefan Lampadius auf dem 6 Up and Coming in Filmfestival Hannover zusammen mit Christoph Brunner und Steffen Jürgens den Sonderpreis der Nordmedia Die Mediengesellschaft Niedersachsen Bremen MbH 2002 Dritter Platz auf dem Berliner Medienfestival für Kinder und Jugendliche für das Leben des C Brunner 2011 Gewinner des Teamwork Awards für Thomas Thomas auf dem Stuttgarter Film Winter Sonstiges Stefan Lampadius ist ein Nachfahre des Staatsrechtlers, Politikers und Diplomaten Jakob Lampadius und des Chemikers, Hüttentechnikers und Agrarwissenschaftlers Wilhelm August Lampadius Seine Cousine ist die TV-Moderatorin und Journalistin Corinna Lampadius Als nächstes Mal